Machen wir jetzt drüben den Durchbruch, also in der Hütte, in der Kirche den Durchbruch. Wachen wir jetzt den Durchbruch, also in der Kirche den Durchbruch, also in der Kirche den Durchbruch, also in der Kirche den Durchbruch. Dann sieht das doch schon ganz vernünftig aus, was das muss bleiben, die Frage. Ja, so wird ich es dann lassen. Und ich gehe eine Fackel hin, da eine Fackel hin, dann baue ich denen da noch ein Bett hin. Dann nehme ich den Braustand noch da hin mit. Ja, Wolle muss ich erstmal holen. Ja, Wolle muss ich sagen. Wie viel waren das? Drei? Eins, zwei, drei. Drei waren es glaube ich nur, ne? Pass auf, es reicht. Mussten wir ein Bett am Crafting Table bauen? Ich weiß es nicht. Oh. Augen auf im Straßenverkehr sage ich nur. Ne. Weißes Bett. Ne. Sehr gut. Wie können wir dann da hinstellen? Weißes Bett im Braustand. Weißes Bett im Braustand. Fangen wir mal erstmal das Bett hin. Ah, kann ja offen bleiben. Ist ja ein Haus von mir. Die Fackel noch einsammeln. Dann kann ich die Kirche da oben eigentlich abreißen. Kurz eben die Nachricht hier checken, achso, ok, oookaay. Denk mal kurz die Sachen, die wir nicht mehr brauchen, noch ab. Bruchstein, Diorit, Tata, Verstufen, die eine Tür, das blaue Glas hier rein. So, das weiß ich nicht, ob wir die noch brauchen werden. Oh. Ja komm, reißen wir direkt von oben nach unten ab. Dann hätte hier nämlich wieder jemand Platz für zu wohnen. Ja komm, reißen wir direkt von oben ab. Da ist noch weißes Glas, ok. Dann müssen wir uns auch mal überlegen, was wir vielleicht noch eventuell in die Kirche bauen könnten. Das könnt ihr ja dann auch in die Kommentare schreiben mal wieder. Oh, jetzt hat der Server aufgelegt. Dann haben wir nämlich die Kirche kurz und klein gemacht. Ja, was man vielleicht noch in die Kirche so integrieren kann, meinte ich. Die hier reiße ich jetzt ab, weil die brauchen wir nicht mehr. Ich würde auf jeden Fall noch eine Glocke irgendwie mal bauen. Noch eine Vorsichtshalber, die dann in den Kirchturm packen. Ich weiß noch nicht, ob das hängend geht oder nicht. Also ich habe auch schon mal gesehen, dass angeblich unter der Kirche noch ein Geheimversteck ist, aber ich glaube, das bekräftigt sich gerade, dass es nicht so ist. Ich nehme für mich ein Bit zum Sleapen. Ja, gut. Fürs neue Dorfzentrum hier sieht es ja recht schick aus, würde ich jetzt behaupten. Kann man, kann man, kann man behalten. So. Die Kirche erfolgreich abgerissen. Gehen wir den Blödsinn ab. Die packen wir hier hin und das kann wieder da überall hin. Die eine Tür kann auch wieder da rein. Aber die Tür lassen wir mal mitnehmen. Die bauen wir jetzt eher da an die Anfangstür. Die andere ist dann für drinnen. Hatte ich die Tür eben zugemacht? Ich glaube nicht. Ach ja. Dann kommt da in der Braustand. das Lesepult. Der Altar. Die Kerze können wir noch anzünden. Bei Zeiten. Dann würde ich sagen, waren wir ja heute sehr 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 produktiv. Okay. Vielleicht bauen wir hier noch einen Zaun drum. Machen hier dann so einen Kirschengarten noch hin. Und fangen dann an hier rum so langsam noch Häuser zu bauen und so. Mal gucken. Dieses und vieles mehr beim nächsten Mal. auch wenn das Haus hier grottig aussieht. An der Seite. Ist egal. Das ist die Sarah Christai. Das kann erstmal so bleiben. Vielleicht mache ich dann noch Kobbliste und Dach hin. Dann fällt das nicht zu sehr auf. Müssen wir mal gucken. Aber summa summarum würde ich sagen, bin ich sehr zufrieden. Ich hoffe ihr seht das genauso.